Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video-Tutorial. Ich habe mir mal wieder einen Gast eingeladen und zu meiner Rechten sitzt der Ralf Mann. Wir machen ein Tutorial zum Thema High-End-Licht. Also es soll die Licht-Masterclass sein. Also so haben wir das Ganze mal genannt. Weil er Silber ist, das ist ja wirklich wie mit der Taschenlampe und dem Spiegel. Wenn du da reinläuchtest, kommt es ja eins zu eins so raus. Dann sieht man auch, dass die Licht-Charakteristik sich eigentlich deutlich verändert. Das heißt direktes Licht, was trotzdem eine gewisse Zartheit hat. Wir können jetzt zeigen, wie scharf die sind, wenn sie nicht verwackelt werden. Wir können sie nicht verwackelt.